Ja, Millionen Liter Gülle langt ja auch. Ich mein, du haust ja doch gut raus, also von daher. Du verbrauchst ja auch einiges, also von daher ist eine Million vollkommen okay. So, das habe ich mir gedacht, dass es da schon wieder ausschaut. Wenn du dann da mit der neuen Bürste drüber gehst, ist es weg, das Zeug, dann verschwindet das wäre schade drum. Aber die Flutlichtstrahler, die sind klasse. Klasse. Es ist wieder was für Papi. Und nimm den Dichtstrahl wieder nicht. So, das mache ich da weg. Okay. No. Okay. 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 So, okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.